Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir drei Aktien von der 10x Watchlist. Wir kommen zu John Deere, aktuelle Marktkapitalisierung 110 Milliarden US-Dollar, ein aktuelles KGV von 13 und ein erwartetes KGV von 11 bei einer Dividende von 1,3%. Die John Deere Aktie schauen wir uns zuerst im langfristigen Chartverlauf, auf einem Wochenchart zurück bis 2008. Was mir jetzt hier zuerst mal wichtig ist, dass wir erkennen, wie massiv die Aktie nach oben explodiert ist nach dem Corona-Tief. Da gab es die Aktien nochmal für 106 US-Dollar. Das All-Time-High sehen wir hier im Bereich vom November 2022 bei einem Kurs von 449 US-Dollar. In diesem Bereich schauen wir jetzt hier mal ganz genau an. Meines Erachtens hat uns John Deere hier gerade ein Doppeltop gezeigt und zwar mit dem Hoch im April 2022 und jetzt eben hier diesen Hochs im November 2022. Da müssen wir jetzt aktuell ein bisschen vorsichtig sein. Im Extremfall ganz klar jetzt nicht mein aktuelles Primärszenario, aber im Extremfall müsste man hier mit einer Harmonic sogar rechnen, die den Kurs nochmal runterbringen könnte auf den 78er bis 88er Fibonacci zum übergeordneten Ankerpunkt. Wir haben ganz klar hier eine Wellenstruktur und dass hier das Corona-Tief ein signifikantes Tief war, wo diese Welle ihren Beginn hat. Ich denke, das ist hier auch eindeutig im Chart und deswegen müssen wir hier so ein bisschen vorsichtig sein. Kritisch wäre für mich ganz klar, dann kommen wir hier auch in das potenzielle Thema Dragon Pattern, dass wir sagen, wir haben einen Aufwärtstrend, wir haben ein signifikantes Top, wir gehen runter, wir kommen nochmal hoch und wenn du diesen Aufwärtstrend brechen solltest, wäre das für mich ein sehr kritisches Signal, was dann durchaus auch ins Szenario von dieser finalen Welle D, die dann durchaus impulsiv sein kann zur Downside spielen würde. Ganz klar, aktuell sehen wir noch Supports bei der John D-Aktie, nämlich einmal diese wichtige Aufwärtstrendsituation, die den Markt oder diese Aktie hier trägt seit dem Corona-Tief und im weiteren Verlauf muss man immer und das ist völlig klar, auch die 200-Wochen-Linie auf dem Schirm haben, die hier aktuell sehr, sehr steil nach oben kommt. Gefällt mir jetzt aktuell technisch nicht besonders gut, muss ich sagen, durch dieses Doppeltop bin ich hier etwas vorsichtig, auch in der letzten Handelswoche bzw. Verzeihung in der Handelswoche vom, ja in der letzten Handelswoche sehen wir hier einen massiven Impuls zur Downside, minus 10% bei John Deere. Jetzt aktuell sehen wir die 50-Wochen-Linie als potenziellen Widerstand, man muss hier ein bisschen vorsichtig sein, wir schauen uns die Situation auch noch gleich im Tageschart an, hier könnte man dann durchaus an diesem Aufwärtstrend zumindest kurzfristig was probieren. Im Tageschart schauen wir uns die Situation jetzt an, seit dem Corona-Tief, wir sehen diesen übergeordnet dominanten Aufwärtstrend, es gab hier noch einen steileren Aufwärtstrend, der im Juli 2022 begonnen hat und der wurde jetzt hier zuletzt gebrochen mit einem massiven Impuls zur Downside, dann gab es das korrektiv nach oben und jetzt eben abgelaufen in der Handelswoche nochmal einen weiteren Impuls zur Downside bei John Deere und was ich gerade gemeint habe, mit möglicherweise könnte man an diesem Aufwärtstrend kurzfristig was probieren. Wir haben jetzt durchaus eine Aktie, die übergeordnet, sehr beliebt ist, die jetzt hier im RSI schon relativ weit runtergekommen ist. Wir haben sie jetzt aktuell bei einem RSI von 39, am Tief war sie bei 34 und wenn wir hier dem Konzept folgen, Impuls zur Downside, dann muss man hier ein bisschen Geduld aktuell noch mitbringen, aber Impuls zur Downside, mögliches Korrektiv nach oben. Habt ihr die 200-Tage-Linie auf dem Schirm, die könnte hier im Rahmen von einer potenziellen Bärenpfanne durchaus zum Widerstand werden und danach nochmal einen Impuls zur Downside bekommen, hätten wir es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, mit einer überverkauften John Deere zu tun, am übergeordneten Aufwärtstrend und hier könnten dann vor allen Dingen auch die Trader eine Position eingehen, hier in die Gegenbewegung dann relativ schnell die Einsätze wieder vom Tisch nehmen und hätte dann sozusagen eine frei getradete John Deere Position schon mal im Depot. Habt ihr durchaus auf der Watchlist, allerdings sehr sehr kritisch, meines Erachtens wäre dieser übergeordnete Trendbruch und wie kritisch schauen wir uns hier auch nochmal an, indem wir über diesen sich beschleunigenden Anstieg nochmal über unser Fibonacci-Tool drüberlegen und sehen, dass hier das 61er und 65er Fibonacci genau im Bereich zwischen 3,40 und 3,45 läuft. Also wenn die Aktie jetzt hier nochmal ein Korrektiv zeigt, dann hier runterkommt und hier diesen Aufwärtstrend antesten sollte, dann haben wir auch hier lokal einen Test der Golden Pocket des 61er und 65er Fibonacci. Wenn wir diese Zone hier ein bisschen nach links erweitern, dann sehen wir, dass hier aus dieser Seitwärtsphase auch Support da ist. Das müsste die Aktie halten, ansonsten gibt es hier relativ wenig Support zur Downside und wir gehen dann eben potenziell in dieses übergeordnete Szenario, wo sich dieses Doppeltop ausspielen könnte. Kommt zu NIO, aktuelle Marktkapitalisierung, 15 Milliarden US-Dollar, derzeit unprofitabel bei einem Kursumsatzverhältnis von 2. Die NIO-Aktie schauen wir uns zuerst im übergeordneten Bild an dem Tagesstart zurück bis zum IPO. Mir ist hier wichtig, dass wir ein Gefühl bekommen für die Dimensionen der Aktie. Das All-Time-Low war im Oktober 2019 bei circa einem US-Dollar und das All-Time-High bei NIO war im Januar 2021 bei circa 66 US-Dollar. Seitdem hat die Aktie massiv verloren. Wir handeln sie jetzt aktuell bei 8,95 Dollar. Die lokalen Hochs in dieser Range sind bei circa 12 US-Dollar. Das letzte lokale Hoch, über das wir jetzt gleich sprechen, über den aktuellen Bereich, war bei circa 10,60 und das 52 Wochen tief. Hat NIO gesehen bei knapp unter 8 US-Dollar bei 7,95 Dollar. Jetzt zoomen wir hier mal ein bisschen näher rein in diesen aktuellen Bereich. Ich möchte euch auf der linken Seite hier jetzt erstmal die wichtigen Levels zeigen und die wichtigen Supports, die die Aktie hat. Wir haben hier ganz klar Support im Bereich der 52 Wochen tiefs hier im Bereich der 8 US-Dollar bis 7,90 Dollar. Hier ist der Boden von einem Gap aus dem Juni 2020, also von der Kurslücke. Wenn wir hier potenziell nochmal eine Stufe drunter schauen, haben wir lokalen Support. Das ist kein besonders starker Support, aber es ist der einzige Support, den die Aktie hier in diesem Bereich hat, bei circa 6,50 Dollar. Und nur für die Zukunft potenziell möchte ich euch zeigen, dass NIO hier unten noch eine Kurslücke offen hat und die ist in etwa offen im Bereich 4,71 bis 5 US-Dollar. Ist jetzt nicht mein Primärszenario, ganz klar, nur für euch wichtig, für die Zukunft, dass ihr wisst, dass da unten noch eine Kurslücke offen ist. Und jetzt kümmern wir uns um diesen Bereich. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern dein Like da, das ist der YouTube-Algorithmus, möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wenn wir uns die aktuelle Situation bei NIO anschauen, finde ich das durchaus interessant. Ihr wisst, wir haben hier im März einen Long-Trade gelandet. Hier dieser Abwärtstrend, hier wurde es eng, Breakout war ein schönes Kaufsignal. Stopp natürlich unter dem lokalen Tief. Komm gerne auf den Discord und werde 10x-Member für diese Trade-Setups. Danach hat sich dieser Trade auch wunderbar ausgespielt. Wenn wir uns die Kursziele mal anschauen, eben diese Downside abmessen, sehen wir, dass NIO bis ans 50er Fibonacci herangelaufen ist, also zwei Kursziele komplett abgeholt hat und jetzt hier wirklich perfekt zurückkommt. Und wir haben im letzten Video mal über das Dragon-Pattern gesprochen und möglicherweise bahnt sich jetzt hier wirklich eine sehr schöne Situation an bei NIO. Wenn wir davon ausgehen, dass wir hier oben einen signifikanten Ankerpunkt haben mit einer massiven Welle zur Downside, dann haben wir hier in unserem letzten Trade möglicherweise den ersten Fuß sozusagen getradet von dem Drachen. Du gehst hier übergeordnet am Abwärtstrend dann nochmal raus aus dem Markt. Der Markt kommt gerne scharf zurück und testet hier idealerweise, wenn wir uns hier diesen lokalen Anstieg mal abmessen, testet hier idealerweise nochmal ein 78er und ein 88er Fibonacci. Und das macht der Markt jetzt hier fast aktuell bilderbuchmäßig. Wir sind jetzt auch schon durchgebrochen durchs 61er, 65er Fibonacci. Testen das heute als Widerstand. Und mein Kursziel ist jetzt hier kurzfristig wirklich nochmal eine NIO im Bereich von 8,66. Möglicherweise hier nochmal im Bereich von 8,33. Das wäre nochmal ein kleiner Dip unter das übergeordnete 88er Fibonacci. Und hier würde ich das dann tatsächlich nochmal probieren mit einem Einstieg, weil wir dann hier wirklich wunderbar das Dragon-Pattern hätten. Und der Ausbruch aus dieser Abwärtstrendlinie, das wäre dann der Trigger für die Welle D letzten Endes, wo ich dann Kursziele sehe. Und dann hätten wir die potenziell impulsive Welle als Long-Einstieg erwischt. Und da sehe ich dann durchaus Kursziele im Bereich vom 88er Fibonacci zum Ankerpunkt. Und das wären dann hier durchaus NIO-Ziele 12,60 bis 12,70. Aktuell für mich jetzt hier noch kein frischer Long-Einstieg, weil wir jetzt hier meines Erachtens nicht wirklich an einem Punkt sind, was einen Einstieg rechtfertigen würde. Man müsste sich die Aktie mal anschauen bei 8,66. Hier liegt auch ein Preisalarm drauf. Und hier ist das übergeordnete 88er Fibonacci. Wenn sie da ein bisschen drunter tippt, dann werde ich extrem hellhörig und komme, wie gesagt, entweder auf den Discord oder setze dich ja selber deine Preisalarme bei NIO im Bereich um die 8,50 bis 8,40. Hier wäre das lokale 88er Fibonacci. Und da würde sich dann eben potenziell hier diese Struktur aufbauen. Kommt zu Nvidia. Aktuelle Marktkapitalisierung. 663 Milliarden US-Dollar. Ein erwartetes KGV von 45 und ein Kursumsatzverhältnis von 24. Bei Nvidia schauen wir uns direkt den Tagesschart an. Zurück bis 2021. Es geht natürlich Ende 2021 um den großen Abverkauf. 2022 geht es um die massive Gegenbewegung. Wenn wir hier zum Jahreswechsel, wo die Nvidia-Aktie nochmal für ca. 140 US-Dollar zu haben war, unseren Anker ansetzen, hat sie sich ganz genau verdoppelt ans übergeordnete Top von 280 US-Dollar. Und viele fragen sich natürlich jetzt, wo ist die Aktie hier möglicherweise fertig? Wo könnte man sie auch shorten oder wo könnte man dann im Rahmen von einer Korrektur eventuell nochmal nachkaufen? Und diese Fragen versuche ich mit der heutigen Analyse hier ein bisschen zu umreißen und auch ein bisschen zu beantworten. Wenn wir jetzt hier diesen letzten Anstieg uns mal anschauen, dann kann man hier sogar einen Aufwärtstrend ziehen, der jetzt aktuell getestet wird. Der hier am 13. März noch mit einem kleinen Bärenfall ein bisschen durchstoßen wurde nach unten und dann hier zu einem massiven Shortsqueeze geführt hat. Und diesen Aufwärtstrend schauen wir uns jetzt hier mal ein bisschen genauer an. Und da fällt uns auch sofort auf und darüber spreche ich auch seit einigen Wochen bei Nvidia. Du brauchst hier die 20-Tage-Linie und die ist eigentlich alles, was uns der Nvidia-Kurs verrät. Das ist hier der gleitende Durchschnitt, der die gesamte Rallye dominiert seit Jahresbeginn. Wir hatten sie nie hier mal für zwei Tage unter der 20-Tage-Linie. Das Ergebnis war ein massiver Shortsqueeze nach oben, auch mit einer massiven Kurslücke. Müssen wir uns natürlich gleich mal auf den Zettel schreiben. Das ist hier bei 207 US-Dollar. Hat Nvidia ein offenes Gap, was natürlich im Rahmen von einer späteren Korrektur geschlossen werden kann und was möglicherweise auch bei einer schärferen Korrektur dann durchaus ein interessanter Nachkaufzeitpunkt wäre für die Aktie. Aktuell sehen wir sie aber eindeutig und die baut jetzt hier schon wieder so ein bisschen Momentum auf. Wir sehen sie nach wie vor eindeutig über der 20-Tage-Linie. Da muss ich ganz klar sagen, solange die Nvidia-Aktie dieses Level hier hält, ist sie für mich nicht interessant für Nachkäufe. Ganz klar, weil mit dieser Bereich natürlich viel zu weit fortgelaufen ist. Vor allen Dingen auch bei einem Kursumsatzverhältnis von 25. Nvidia ist hier kein frischer Kauf aktuell, was nicht ausschließt, dass sie hier noch Kursziele abholen könnte im Bereich um die 92, möglicherweise sogar 320. Und warum das so sein könnte, zeige ich euch jetzt hier mit dem aktuellen Fibonacci-Tool, weil wir sehen, dass Nvidia hier, das ist mein Signal, da wäre ich extrem vorsichtig, wenn eine Aktie aus einer massiven Downside aus dem 61er und 65er Fibonacci ausbricht. Und das ist hier der Bereich um 255 bis 263. Du bist hier von der Downside ausgebrochen, aus dem neuralgischen Punkt, wo eine Aktie eben gerne abdreht. Und das müssen wir zum aktuellen Zeitpunkt hier respektieren. Umso signifikanter wird es auch, wenn sie hier drunter bricht unter die 255. Und schaut ihr mal hier die 20-Tage-Linie an, die kommt jetzt hier genau in diesem Bereich auch als Support zur Hilfe. Und wenn wir uns dann die nächsten Kursziele anschauen, nämlich das 78er und das 88er Fibonacci, dann sehen wir, dass das Kurse sind bei 295. Das 88er werden sogar 320 US-Dollar. Auf der linken Seite müssen wir aber auch schon extrem vorsichtig werden hier bei 290 US-Dollar. Hier haben wir eine signifikante Top-Bildung aus dem März 2022. Also wir sehen, du hast hier extrem viele Widerstände bei Nvidia. Aktuell müssen wir auch vorsichtig sein. Wir haben vom letzten Dienstag auf letzten Mittwoch eine Kurslücke nach unten geöffnet, die wir jetzt im Rahmen von dieser Gegenbewegung heute geschlossen haben. Also hier heute der Schluss der Kurslücke, da muss man vorsichtig sein. Sowas kann auch zum Widerstand werden. Aber wenn Nvidia jetzt hier wieder dieses Hoch rausnehmen sollte bei 280, weil hier wieder zu viele Leute zu früh in Short-Positionen reingegangen sind, dann ist mein Kursziel ganz klar der Bereich hier zwischen 290 und 295. Und da müssen wir die Aktie dann ganz klar bewerten, ganz neu bewerten und auch hier darauf achten, ob sie dann hier bereit ist zurückzukommen. Oder wenn sie hier wirklich aus diesem lokalen Top ausbricht, dann sehe ich sie hier oben im Bereich um die 300 bis 320. Hat nicht mehr viel mit Rationalität zu tun aktuell, sondern nur noch mit reiner Positionierung am Markt, dass eben zu früh Shorts aufgebaut werden, die dann letzten Endes nach oben nochmal aufgelöst werden müssen und dann immer wieder diese weiteren Kursanstiege eben mit triggern. Hab meines Erachtens, die, die die Videos zu Nvidia schon länger verfolgen, ganz klar bitte die 20-Tage-Linie auf dem Schirm ohne diese Bewegung, also einen Breakdown unter die 20-Tage-Linie. Eine Aktie, die so unglaublich stark war, die wird danach nochmal ansteigen meines Erachtens und dann hier im Bereich von einem weiteren Anstieg diese 20-Tage-Linie danach als Widerstand testen und dann hättest du einen Trigger für den Beginn einer Korrektur. Die Kursziele für diese Korrektur, die sehen wir dann natürlich ganz klar, je nachdem wo die beginnt. Wir haben hier eine wichtige Zone bei 230 US-Dollar. Das war im Jahr 2021 im September wichtiger Widerstand. Das könnte hier zum Support werden. Falls die Aktie dann nochmal drunter fallen sollte, haben wir hier bitte im Bereich von 208 bis 220 US-Dollar die Kurslücke auf dem Schirm und das wäre dann potenziell übergeordnet auch nochmal eine Rückkehr zu diesem wunderbaren Aufwärtstrend. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast, schon mal in die Videobeschreibung. Dort findest du die Möglichkeit, Mitglied zu werden bei 10xTrading. Dadurch bekommst du Zugriff zum Premium-Bereich im Discord, wo du dich mit vielen Gleichgesinnten austauschen kannst und wo ich täglich Markt- und Aktienanalysen poste. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao. Bis zum nächsten Mal.